GZSZ Folge 7311 vom 30. Juli 2021 Moritz, Lennart Borchardt, hat eine nette Bekanntschaft im Berliner Kiez gemacht. Dabei scheint die Chemie so gut zu stimmen, dass sich die beiden Männer schon kurz nach ihrem ersten Treffen küssen. Für Moritz gar nicht so ungewöhnlich, schließlich datet er mehr als gerne im Berliner Nachtleben. Doch dieses Mal bleibt seine Turtelei nicht ohne Folgen. Mitten auf der Straße werden er und sein Date-Homophob beleidigt. Moritz bleibt souverän und antwortet mit einem coolen Spruch, doch der soll später dramatische Folgen haben. Was genau passiert, das sehen Sie im Video. Achtung, GZSZ Spoiler! Moritz stößt etwas Schreckliches zu. Was Moritz im GZSZ Kiez genau zustößt, das können Sie hier in unserem exklusiven Spoiler nachlesen. Wonike GZSZ Spoiler! Untertitelung des ZDF, 2020